Hey Leute, was geht? Grüßt euch, hier ist der Gabor live aus dem Atelier Weiches Licht und ich bin gerade hier noch am Plan für das Massenschuh 2, was demnächst im Filling stattfinden wird. Vielleicht habt ihr schon bereits davon mitbekommen, ich werde diesem Event zusammen mit dem Fotopartner und Rainer Rössler live fotografieren, die Mio wird live, das ist eine Visagistin, die wird die ganzen Leute stylen und fresh machen und so und ich werde nebendran mit dem Rechner dran sitzen und die ganzen Bilder dann bearbeiten. Wir haben unsere Models jetzt schon ausgewählt, das ist alles am Laufen, es sind noch zweieinhalb Wochen, dann geht das Ganze los, also wir sind ein kleines bisschen aufgeregt, wir sind am Plan, weil das ist so, wir wissen selber noch gar nicht, wie viele Leute kommen, also wir haben gar keine Ahnung. Wir haben erst überlegt, sollen wir Flyer, Plakate machen, aber da ist es noch schwieriger. Wir dachten einfach, wir machen das Ganze über Facebook und über die Website und gucken einfach, wie viele Leute sich dann auf dieser Facebook-Seite oder das ist eine Event-Seite, ist das, wie sich Leute da anmelden, wie viele Leute sich da anmelden. Von daher würde ich ganz gerne jetzt hier in diesem Video einen kleinen Aufruf machen, hier im Facebook, ich werde auch unten, ich werde das Video auf Facebook posten und einen kleinen Kommentar drunter schreiben, wo ihr euch dann anmelden könnt für dieses Event, genauso auf YouTube, wenn ihr das Video jetzt auf YouTube seht, ich werde unten drunter, werde ich einen kleinen Text, einen Link schreiben, wo ihr euch dann anmelden könnt auf Facebook. Es wäre super, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein bei diesem Event, klickt auf Teilnehmen, damit wir wissen, wie viele Leute kommen werden. Das ganze Stimmen findet am 3. Juni in Villingen statt und ist von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist völlig kostenlos. Wenn ihr kommen wollt, auch spontan, könnt ihr auch gerne kommen. Klar wäre es mir lieber, wenn ihr euch vorher anmeldet, damit wir wissen, wie viele Leute kommen. Aber ihr könnt auch so spontan kommen. Es gibt eine neue Info zu diesem Event. Und zwar habe ich gestern ganz fresh, ganz neu erfahren, dass Calvin Hollywood, mein Chef, hier auf dem ATD mit dabei sein wird. Er wird einen kleinen Vortrag halten. Das heißt klein, 45 Minuten, das ist fast eine Stunde, also fast einen großen Vortrag wird er da halten. Das Thema ist noch nicht offiziell. Ich werde erst demnächst auf meiner Website mehr Informationen dazu geben. Dann hätte ich noch eine kleine Sache. Und zwar möchte ich noch einen kleinen Aufruf machen. Dieses ganze Event, was wir machen, der Massenshoot, das ist ein kostenloses Event und wir finanzieren das Ganze selber. Wer Bock und Interesse hätte, uns da finanziell zu unterstützen, auf meiner Website gibt es einen Link. Da nehmen wir gerne Spenden an. Das heißt über Paypal oder irgendwie, ihr könnt uns gerne eine Spende geben. Oder wenn ihr vor Ort seid, ich meine jeder kleine Euro, der hilft uns, die Miete, die ganzen Unkosten, die wir haben, einfach zu decken. Also wenn ihr da Interesse habt, würde uns sehr freuen. Jo, das war es eigentlich jetzt erstmal von meiner Seite. Mich würde es freuen, wenn ihr kommt. Ah, jetzt habe ich was vergessen, ganz wichtig. Der zweite Tag, der 4. Juni. Wir machen für alle Leute, die Bock haben, die eine Kamera haben oder auch nicht, eine Schwarzwald-Tour. Wir hocken uns dann in der Bimmelbahn, fahren eine halbe Stunde hin, laufen dann durch den Trieberg durch und machen Fotos. Wer Bock hat, ist eingeladen, der darf dabei sein. Wir freuen uns. Das war es erstmal von meiner Seite. Ich hoffe, ich sehe euch am 3. Juni, eventuell auch am 4. Juni. Haut rein!